Entblößt von allem hüten wir Kleinanleger die Städte hier. Ausgeschlossen sitzen wir vorm eigenen Haus. Das ist genau wie bei der Kommunion. Da kriegt man nicht eine geschmacklose Oblate aus der Steckdose. Nein, nicht aus der Steckdose, zwischen die Kiebel. Und es bleibt doch nicht einmal Geschmack... Wir Armen aber werden jetzt reich! Wenn auch nicht durch unsere arme Arbeit. Wir können uns darauf verlassen, dass wir uns auf nichts verlassen können. Und schon verlassen sind. Denn, ein altes Wort sagt, wer sich auf andere verlässt, ist schon verlassen. Der Börsenkurs ist gefallen! Wie? 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 Wenn schon das Vorwort so wunderbar ist. Wie wunderbar wird erst das Wort gleich sein? Das am Anfang war und immer sein wird und überall sein wird. Und schon ist es bei Gott. Am Anfang war das Wort. Wie das Wort war bei Gott. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe arbeiten? Damit Ihr Geld endlich Frieden findet! Warum lassen Sie uns mit Ihrem Geld nicht in Ruhe arbeiten? 23 Millionen Euro! Spiel! Spaß! Sport! Was war das? Wir wollen nicht teilen! Wir wollen das Ganze nicht wahr! Nicht wahr! Das wird kein einfacher Wort nicht. Das wird kein einfacher Wort nicht. Das wird ein mehrfaches Wort. Ich bin nicht in Ruhe! Gibt es nicht zuerst! Ich bin nicht in Ruhe! Dich, jetzt bin ich an... Das wird ein bisschen zuerst! Untertitelung des ZDF, 2020